Ich möchte Sie heute ein bisschen einführen in den siebten Newsletter des Dialogzentrums Leben im Alter und wir haben diesmal drei Schwerpunkte ausgesucht und zwar einmal das Thema Schlaf. Dazu wird es ja auch nochmal ein besonderes Gespräch mit Herrn Dr. Dichter geben, dann das Thema BPSD, also herausforderndes Verhalten und dann zum Schluss der Themenkreis pflegende Angehörige. Zum Schlaf. Schlecht zu schlafen bedeutet auch, dass die Wahrscheinlichkeit von kognitiven Beeinträchtigungen wächst. Und da sind insbesondere die Exekutivfunktionen betroffen, also die Fähigkeit zu planen, zu handeln, sich die Dinge einzuteilen, Dinge zu Ende zu bringen. Aber es gibt auch körperliche Dinge, die dadurch beeinflusst sind. Also Menschen mit Demenz, die schlecht schlafen, zum Beispiel verschnucken sich häufiger. Also es gibt eine ganze Reihe an Folgeproblemen. Sie sind auch in der Regel dann unruhiger, gereizter, es zeigt sich mehr Agitiertheit und das Ergebnis ist, dass man dann wiederum vielleicht Antipsychotika oder Schlafmittel gibt, die wiederum das Schlafproblem eher verschlechtern. Also ein Teufelskreis, aus dem man nicht so leicht rauskommt. Schlechter Schlaf betrifft nicht nur die Menschen, sondern auch die Angehörigen und die Pflegenden und auch die Mitbewohner. Es entsteht dann manchmal ein Kreislauf von Unruhe und Agitiertheit, besonders in der Nacht, der insgesamt für die Nachtwachen kaum zu lösen ist, weil viele dann individuell ins Bett geführt wieder beruhigt werden müssen und eine kollektive Aufregung passiert. Also die Nacht muss sehr viel deutlicher gut besetzt sein, um solche Krisensituationen zu bewältigen. Ja, der zweite Themenkreis, das sind Formen herausfordernden Verhaltens. Da hat jetzt eine Studie so erwiesen, dass Menschen, die sehr früh von der Demenz betroffen sind, auch vermehrt psychologische Probleme aufweisen, also insbesondere Ängste und Depressionen, was verständlich ist, weil man muss sich auf einen neuen Lebensweg vorbereiten und einlassen und nichts hat einen dazu befähigt, das zu tun. Ja, auch unabhängig von kognitiven Symptomen können herausfordernde Verhaltensweisen oder auch neuropsychiatrische Phänomene auf den Beginn einer Demenz hinweisen. Das heißt, es ist ein eigenständiger Indikator, unabhängig von kognitiven Symptomen. Es gibt ja so die Theorie, dass viele Formen herausfordernden Verhaltens letztlich einen Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse darstellt. Von dieser Idee kommt man eigentlich zunehmend weg. Also eine Studie zeigt, dass trotz intensivsten Suchens und Forschens man bei Menschen, die vokalisieren oder lautieren, nichts hat finden können. Das scheint also ein elementares Bedürfnis der Selbststimulation zu sein. Jedenfalls ist das einer der einfachsten Erklärungen. Es gibt auch noch komplexere. Ja, dann noch eine Studie zum sexuell übergriffigen Verhalten. Dort ist interessant, dass das besonders die Angehörigen beschämt, also stellvertretender Scham für denjenigen, der das gemacht hat. Und dass es ein einzigartig belastender Faktor ist und relativ unabhängig von anderen Faktoren und häufiger zu Heimanweisungen führt, weil man sich für das Verhalten seines Verwandten derart schämt und nicht weiß, wie man es regulieren soll. Damit sind wir bei der Rolle der Angehörigen nochmal angekommen zum Schluss. Es gibt ja so eine Vorstellung, Angehörige in den Pflegeprozess zu integrieren und eine gemeinsame Sorgehaltung zu entwickeln. In der Regel passiert das eher weniger. Das heißt, die Rolle der Angehörigen ist zumeist eher eine informierende und beratende. Aber auch andere Erkrankungen als die Demenz macht den Angehörigen zu schaffen. Also zum Beispiel gerade sowas wie Bluthochdruck oder Diabetes, was ja Ernährungsumstellung und vielleicht auch häufiges Spritzen oder andere Dinge erfordert und derjenige sich dagegen wehrt. Also es ist oft gar nicht die Demenz, sondern das schwierige Krankheitsmanagement für andere Erkrankungen, das aber schwierig wird, weil die Person eine Demenz hat. Angehörige müssen oft Entscheidungen treffen für ihre Leute, ohne darauf richtig vorbereitet zu sein. Also relativ schnell kommen sie in eine entscheidende Rolle und werden in dieser Rolle oft dann aber auch von professionellen Gesundheitsarbeitern dominiert. Also nicht wirklich ernst genommen, sondern im Grunde genommen, ich weiß schon, was gut ist und machen Sie mal das, was ich Ihnen sage. Ja. Ein besonderer Belastungsfaktor für die Angehörigen ist die tägliche Betreuungszeit. Das ist ganz spannend, weil ich auch glaube, dass die tägliche Betreuungszeit ein Faktor ist, der eine besondere Belastung für Präsenzkräfte in stationären Einrichtungen darstellt. Und diese zunehmende Betreuungszeit ist unter anderem ein wichtiger Faktor dann auch für die Heimaufnahme. Also das ist so diese Rollengefangenschaft, ja, dieses Gefühl, nicht mehr rauszukommen, keinen Freiraum mehr zu haben und dass die ganze Zeit im Grunde genommen besetzt ist, damit eine Person mit Demenz zu beaufsichtigen. Ja, soweit mal eine kurze Einführung in unseren heutigen Newsletter. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben, dass Sie jetzt in dem Newsletter das ein oder andere finden, das Sie interessiert. Und möchte Sie wiederum bitten, wenn Sie Rückmeldungen haben, Ihnen was auffällt, Sie weitere Fragen haben, scheuen Sie nicht, uns zu kontaktieren. Alles Gute Ihnen, Christian Müller-Hergel Gute Ihnen, Christian Müller-Hergel